Schmackofatz Schmackofatz? Was ist Schmackofatz? Urdinkel Schmackofatz Urdinkel Schmackofatz? Ich hab gerade Hanschodor und Schmackofatz Warte, ich drück dir da die... Hanschodor und ist grad sowas von Kacke, ey! Hanschodor und ist kein Schmackofatz? Das kannst du so nie sagen, jetzt hab ich mir grad auf die Brille gepackt, warte ich seh nix mehr Ich glaub da ist ein neues Monster hinzugekommen Da nennt sich der Fleckmonster im Moment Der Fleckmonster, die steht da vorne, warte Oh Gott, nein! Ach gut Alles klar! Läuft! Was läuft? Ja wohin läuft der denn? Weiß ich nicht Macht ja nix Wir werden nie erfahren, wo wir sind Ich glaub hier ist niemand Dann ist gut Dann fällt das ja gar nicht auf, wenn ich nicht richtig treffe bei dem Geruckelier Da ist der Hinweis Ah Ob man hier guckt? Ich dachte sogar, was drin ist man hinten rum Ich weiß Ich weiß Ne hin Achso Hin weiß Nicht ich weiß Wie und nun? Wir können auch da rüber gehen, die anderen sind zwar hier vorne direkt, aber Ja, aber wir wollen ja nicht von den anderen Dann nehmen wir erstmal den da hinten Richtig Dann können wir uns wenigstens noch in der Zeit mit den Leuten unterhalten Okay Dann reden wir halt wieder Sehr gut Also Ich muss mein Handy aufladen, wie sieht's bei dir aus? Nö, alles super Alles super Das merkst du selber, ne? Bei mir nicht, ich muss aufschwenden Kauf dich mal ein neues Hab ich Ist neu Vom Ort mit per Wolken Ist neu Ganz neu ist das Blenst Beleuchtet Bote Was denn? Bote Was denn? Bote Bote Was denn? Dann würde ich doch sagen Spielst du einfach mal 24 Stunden Hunt Showdown im Stream und sammelst für einen neuen Rechner Okay Das ist ne gute Idee Warte Jetzt guck ich mal, wann ich 24 Stunden Zeit hab Moment Ja, gute Frage Dann lässt mal Fall Guys irgendwie aus den Scheiß und noch so ein paar andere bescheuerte Spiele und dann Das lassen heißen Die Leute gucken das gerne Kommt doch gar keiner zu Die finden das Klar, die finden das voll geil So, weil du mich jetzt noch nicht geholt hast Was kannst du dir sogar leisten? Oh, ich kann mir was mit einer neuen Grafika zu leisten Na ja, okay, ist ne billige aber Eine billige Na, welche Werbung war das denn? Ähm Nanostool Ne, nicht ganz Toll, grad wusste ich es noch Jetzt hast du ja mit der neuen Werbung miteinander gebraucht Oh, genau Piu, piu, piu Oh, warte, ich hab ihn angebracht Sag mal, du findest aber auch hier den ganzen Kappels, ne? Was soll ich sagen? Ja, woher hätte ich den liegen? Geh mal vor So, wollen wir jetzt wieder nach hinten brennen? Nö, wir gehen nach vorne Aber wie kommen wir da durch? Mh Aber hab ich überhaupt nicht Schwitze bekommen? Hoffen wir mal, ne? Bis hier, bis hier, bis hier spielst du es nicht merken Ja, ist ja kein Problem, wenn ich auf das Ding schieße und trotzdem blutig viel hole Okay, ich falle es da hier um Okay, ich falle es da hier um Die Dumme ist kackt, Vieh, ich hab die eigentlich abgeschossen, aber ist ja egal Macht ja nichts Ich weigere mich jetzt zu heilen mit meinem Zeug Ich knack mich einfach Ist mir egal Was? Ich hab die Ahnung, ich hab da Vieh ganz draufgeballert Piu, piu Holst du kurz den Hinweis? Ja Ich hab auch die Hackfresse Weil heute in die Tiere sind Mich hieß, vorn Krieg ich im Spiel auch, oder was? Ne, da nicht Da macht es ja keinen Sinn Der steht am Zaun da, ja genau da hinten Da links, da ist er am Zaun Siehst du, links? Da Guck dir immer Ja, ja Hm, ich mach grad die Tür offen, da guckt er auch Die wissen noch nicht, wo du bist, du kannst einfach warten Dann holst sie mich gleich einfach Oder machst die Piu, Piu, Piu weg Die klingt so nah Ja, hier sind ja nur im Waggon drin Ich bin grad auf mich rum Auf mir drauf springen schon Jetzt looten sie mich Dann haben sie ein Zombie gepullt Machen sie den Waggon zu Jetzt hab ich Angst Jetzt rennen sie, jetzt rennen sie durch die durch Was machst du da? Der ist zurückgelaufen Ja, jetzt rennen sie Jetzt heilen Jetzt heilen Die Zeug du mitnehmen kannst, wenn du keine Sputzen bei hast Ja, renn einfach rein, Lohmi Was war das Ding? Was ist denn noch zu scheiße, ey? Was rennt der denn auf mich direkt zu? Ich hab auch keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es gelegen hat Der Fenster? Oh Gott, es ruckelt Und warum Ja, was war denn jetzt los? Warum sind die denn auf einmal weg? Na, ne Ahnung Haben sie wohl ne Hose gemacht Oh Gott Ja, Kodierer ist ausgelastet Ich weiß, danke Die müssen da hinten hin Wer sind die einfach zum anderen Boss gegangen? Nö, das ist mir zu doof Der ist mir zu hart Der Fisk ist haltensiert Direkt 2 Nanometer vor mir Aua Ey, mein, der stand da Genau vor meinem Bregen, Alter Der ist gegen mich gegengerannt Er hat sich wundern Wo geht's denn nicht weiter? Oder liegt das? Was war das denn jetzt von der Aktion, Alter? Hat das halt endlich mal funktioniert, dass ich panisch alles wegwerfe? Hier, die Zahn, nimm das auch noch her Und den Aal Komm, alles doof In 10er in die Tüte Komm, dis, doof Alles hier Alter, ich kann mich hier nicht bewegen Das ist so... Ach, seid schön Hm, die Aufnahmen 80 FPS Yeah Ich... Ne Hä? Die suchen die nicht immer noch Die steht da noch im Gebüsch Lass mal ihnen ins Gebüsch schießen einfach da vorne Äh... Weiß nicht... War die das? Ja klar war die das Die schießen jetzt einfach ins Gebüsch rein Der ist da noch Der muss da sein, der haupt nicht ab Das Blöde Der muss doch da sein W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Stimmt, die haben wir uns noch gar nicht gemacht, ich dachte, die haben schon gebändischt. Ich habe mir auch geweint, jetzt mal heilen. Ich heile mich nicht und er steht dann am Zaun und ich sage, hm. Hm. To be continued, hm, ja, hm, so. Das müsste man echt mal rausschneiden. Ich heile mich nicht, hm. Hm. Okay, vielleicht gab es Zuschauer, die hatten Recht und haben sich beschwört, dass ich mich nur wieder mal nicht heile und sondern einfach auf Heilung suchen gehe und ich so, ja, das haut schon irgendwie hin. Ja, okay. Vielleicht haben die Leute auch manchmal recht, dass ich nur mit zwei Patronen im Lauf dann irgendwo in einem Fight gehe. Oh, cool. Ich habe nicht getroffen, aber trotzdem ist sie kaputt. Ich bin ziemlich dicht, oder? Ja, aber es ist ja noch. Er ist noch frei. Oh, ich bin nicht so drin. Tschüss. Ach du, ich habe eine Falle an der Tür. Kommst du hier rein? Na klar komme ich mal wieder. Das ist ja nett. Wenn der große Gotax das will, dann komme ich natürlich. Das ist aber nett von dir. Oh. Nee. Nee, der wird abkürzt und ich kann mich nicht für Wegenkauf. Ich bin ganz schön. 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 Das finde ich ne Kollege. Was ist denn mit der irgendwo? Oh. Ich tank ihn. Zieh kein Agro. Der muss nachfahren. Viel Spaß. Dauern wir drei Stunden. Alles frei. Geht weiter nach. Oh das ist ne Band volle. Wow. Hilf mir. Hilf mir. Was soll ich denn helfen? Ich renne hier mal noch spanisch rum. Alles frei. Alter, dass wir noch leben. Das ist... Ja klar, warum nicht? Easy. Ja, aber völlig normal. Erst so ne Aktion. Du liegst schon. Ich schmeiß wild alles um mich herum. Die hauen ab. Lass uns hier her gehen. Hä? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist Hans Shodo. Meine Güte ey. Komm ich finde jetzt haben wir es uns aber auch echt verdient. Aber wirklich. Die Leute sind ganz begeistert. Ich bin mal gespannt, wie viele da sind. Na klar, bist du gespannt. Das wäre ja schön. Man kann ja den Leuten nicht zugucken, wenn man komplett tot ist. Das wäre ja schön, wenn man nochmal reingucken könnte. Bzw. weiter zugucken, wenn man raus ist. Weil dann ist das ja egal, dann lässt man ja raus. Dann können wir ja gucken, ob noch welche da sind. Das würde mich dann interessieren. Na klar. Ich glaub dir irgendwie nicht. Ich dir auch nicht. Okay. Dann sind wir uns ja einig. Einigkeit kennt keine Grenzen. Einigkeit kennt kein Pardon. Genau. Das war mir alles irgendwie ein bisschen zu komisch. Meinst du, da sind nur welche? Okay. Stimmt. Rest auch wo? Überall. Okay, ich bin versponnt. Und um uns herum. Um uns herum. Um uns herum. Ne, da nicht. Du hast gelogen. Ich guck doch da drüben, da ist keiner. Da auch nicht. Oh, ich hab's dir doch gesagt. Hast du gesagt? Ja, dann hör doch mal. Was denn? Ich hör nichts. Was? Da bist du denn jetzt so? Genau das ist dein fucking Problem, Mann. Ja, ich weiß. Aber hack doch nicht jetzt mal drauf rum. Warum ist das so hell? Ich geh aufs Licht zu. Komm nach oben. Hey. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Nö, was denn? Oder hast du grad irgendwas geworfen? Da ist grad irgendeine Fackel kaputt gegangen. Okay, nach oben oder unten? Ähm. Ja, wohin? Lass die erstmal alle wegmachen. Die sollten nicht mal gegenseitig wegmachen. Also die stehen so dicht zusammen, wenn die sich nicht sehen, dann weiß ich überhaupt nicht. Also mindestens vier. Alles so 240 und 255, so nen Dreh. Hm. Warte mal. Ich guck mal hier durch den Spalt. Oh. Oh. Da könnten... Oh. Wenn da einer umläuft, dann können wir mal sehen. Mhm. Mal gucken, wann du tot bist. Ja, dann weiß man, wo hab ich denn gelegen. Aha. Ich seh noch keinen. Die könnten... Oh, da drüben im Haus. Da drüben im Haus. Da guckt mir seine Waffe durch, 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 durch das Fenster. Abgetroffen. Ja, weiß nicht von wo. Oder sie. Die Person war da drüben am Fenster. Kann ich da hinpingen? Oder wieder Holz gepingen? Oder Holz gepingen? Okay, einer ist unten. Einer ist nach oben. Und die anderen beiden sind 240, 270. 270? Hinterm Zaun, würd ich sagen. Ich guck da grad hin, aber das seh ich nicht. Oh ja, doch. Doch, 200. Ja. Warte. Ich glaub ich hab grad ganz kurz was gesehen. Guck nochmal. Ah. Hat nen Headshot bekommen. Der hat nen Headshot bekommen und der rennt weg. Weil die Waffe gekriegt ist. Du Spappt. Komm her. Der rennt halt weg. Ich hatte platschen gehört und der so, okay, ich renn. Oh. Also Headshot ist nicht gleich. Jetzt hat nen anderen, oder hast du den? Ne. Ne, das war ein anderer. Na toll. Warte mal, mein Kill. Okay, wo ist der drüber im Fenster? Was? Guck nochmal im Fenster. Ja. Okay, weiter geht die Suche. Wo befinden sie auf diesem Bild? Die Gegner. Es ist ein Wimmelbild. In dem wo ist dazwischen ne Aussparung. Hä? Weißt du das? Na klar. Guck nochmal am Fenster. Guck am Fenster. Guck am Fenster. Ja guck. Ja guck mal am Fenster. Ähm. Was denn? Die Mücken kommen nicht weiter. Die Mücken kommen nicht weiter. Du kommst hier nicht vorbei. Die sind ja nicht reingeflogen, die Mücken. Okay. Wo ist Gandalf? Da unten hat irgendwo einer gebimmelt. Naja, du bist keiner. Hä? Wo? Mann, ich hör nur was, aber ich seh nix. Was wo denn? Das ist ja richtig frustrierend. Irgendwo hinterm Haus glaube ich. Hinter dem weißen Haus. Da, an der komischen Frisur dahinter im weißen Haus siehste. Klar. Oh da oben am Fenster. Die Frisur. Erste Etage am Fenster. Ich seh nur den Lauf durch das Ding gucken. Den Ding durch das Lauf. Komm du musst doch da irgendwo stehen. Mann. Hör auf. Jetzt schießt du einen zurück. Einer ist 315. Der Rest ist weiter vorn. Aber jetzt hat mich irgendjemand gesehen. 115? Ja, ziemlich weit weg habe ich noch was gesehen. Irgendjemand hat die gerade auf mich geschossen. So. Ja, gehen wir in Heilung rum? Oh ja. In der Heilung haben wir hier glaube ich 3-4 Meilen liegen. Okay. Ich guck grad mal oben in das Fenster rein. Wo ich hier ganz schön offen bin, ne? Ja, auf dem oberen Fenster sehe ich grad niemanden. Komm schon. Komm schon. Okay. Die gammeln doch da immer im weißen Haus rum. Na komm. Schießt du? Ne. Ja. Guck nochmal. Guck nochmal. Ich hab grad den Kopf gesehen. Oben oder unten? Oben. Null dich nur noch mal an, wenn du den Kopf siehst, weil dann geht der wieder zurück. Komm schon. Ja. Verdammter Scheiß. Er sucht mich. What? Der Schuss kann man irgendwie verzögern. Der Schuss kann man irgendwie verzögern. Shit. Ich hab' da nie zu tun. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht ausprobieren. Okay. Ich kann das nicht dort ausprobieren. Gucken Sie an dem Fenster. Ich guck mal. Ja, immer noch die 2 auf 195 im Haus und einer auf 270 habe ich irgendwo gesehen. Genau den. Ich weiß nicht, wo der Ding es gekillt hat. Oben? Das warst du gar nicht? Nein, da war der andere. Der hat schon wieder Gold, ne? Nein, ich komm hier nicht wieder. Scheiße! Das kannst du dir halt nicht ausdenken. Wo sitzen die rum? 12 Meter Entfernung. Weißt du, von wo der kam? Nee. Unten sind welche. Alter, war das zu viel? Sehr gut. Ich wollte den Puschen gehen. Wie viele sind denn da im Haus drin? Die stehen oben, unten. Wo stehen denn alle rum? Ich muss den nochmal heilen. Geh zurück! Ich wollte den gerade Puschen gehen, wenn man was reinwerfen, dann steht die überall irgendwo im Entferhalte. Was ging das zum Halten? Dorten warten? Ja. 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 Das ist einer von Tod. Ey, liegt doch noch. Hallo. Entschuldigt, vielleicht ist Ihnen das nicht aufgefallen, aber ich wollte Ihnen eine bisschen Nachricht hinterlassen. Ah, verdammt. Äh, nee, da ist Heilung. Wir sind mit der Lochung verbannt. Ach, super. Sorry. Ja, es wirft da was. Ich brenne? Na ja, es ist ein Glück, hast du aber zum Löschung bei. Diesmal nicht. Wie jetzt? Willst du mich verarschen? Aber ich hab da gelegt. Sind noch ein paar, oder? Es sind immer noch vier. Jetzt nicht killen, das sind die, die schießen von da. Ich brenne noch. Was ist denn jetzt noch mit dem? Ist er denn mal in Ruhe? War der, oder? Ja. Ja, der schießt auf dich. Oh, da ist einer gestorben. Juhu. Da war noch einer. Scheiße. Ja. Ich hab mal gucken, wie der mich gekillt hat. Ach, da oben. Ich hab's doch da hingeguckt. Warte. Ach, nee. Von, nee. Jetzt guck ich mal. Wo sind die anderen denn noch? Aha. Da ist einer auf dem Haus. Und dann ist da noch einer im Haus. Und dann ist da hinten einer hinterm Dings, der auch immer alle zwischendurch wegholt. Und dann ist da noch einer im Haus. Moment, was? Ach, nee. Die sind nur zu dritt. Ja, der eine ist ja noch tot. Den hat er noch nicht geholt. Also gibt eigentlich nur noch einen anderen. Ja, vielleicht kann er ihn auch nicht mehr holen. Hat so einen ja schon gut einmal erwischt. Ach, wie geil ist das denn? Warte mal eben. Ich kann? Ah, hä? Ach, nee. Der im Haus ist alleine. Jaja, ich sag ja. Ich hab doch vorhin jemanden erwischt. Nee, hä? Warte. Das waren die gar nicht mit dem Pelz, oder? Sein Kollege liegt unten noch tot rum. Wenn du dem hier dem einen zuguckst, dem aus dem Haus, dann siehst du die Umrisse von seinem Kollegen unten liegen. Jaja, aber wo ist denn der mit dem Pelz? Die von vorhin, vom Anfang. Ja, ich hab keine Ahnung. Die Bus kam. Ich dachte, ich hätte davon vielleicht einen erwischt. So. Aber die im Haus sind nicht mit dem Pelz. Doch, Moment. Der liegt da noch. Der könnte den eigentlich holen. Der liegt eigentlich sicher gerade. Na klar. Ja, komm. Der liegt sicher. Hol den noch. Aber was macht der denn? Jetzt will er ihn anziehen. Bist du dort? Was macht der denn jetzt? Jetzt brennt der draußen den Ufer ab. Ich glaube, der brennt den dann nicht. Ja, der guckt nicht. Und der guckt auch nicht. Ah, Chance fatal. Jetzt hat er den wiederholt. Ist halt schon schon spannend. Das ist da im Haus. Das ist ja gut, dass man so aus seiner Sicht auch sieht, wo der andere gerade rumläuft. Wer guckt da? Oh, da oben ist er doch. Na ja, der sieht den Puckstuhl auch noch zu. Na klar. Echt, bist du auch so begeistert? Ja. Uh, uh. Das sah ich ja. Ah. Jetzt guckt er da oben hin. Als ob er noch drei Minuten da rumsteht. Oh, da hatte ich ihn mal gelootet. Warte, da hat irgendwo der Bounty von ihm jemanden. Da unten. Da unten links ist er doch. Du Idiot, da unten. Ja. Da rennen zwei Leute rum. Geh mal pullern, ne? Ja, mach das. Oh, das hat spannend. Jetzt looten die dich. Und sehen, oh Gott, was hat der Blöde vor Waffen bei. Jetzt haben sie gerade gekotzt. Oh Gott. Weil sie gesehen haben, was Blöde vor Waffen bei hat. Was, das haben die für Blöde bekommen? Oh, jetzt sagt er dem Bescheid. Ich will jetzt halt nur wissen, wie es ausgeht. Schreibt es in meine Kommentare. Ob es euch wirklich interessiert, wie es euch so eine Runde vielleicht noch ausgeht. Weil es ist halt schon gut, wenn man noch so zugucken kann. Mach es dann auch erstmal nur einmal. Keine Angst, ich hänge hinten noch was dran. Also, die Feuer geht heute auch ein bisschen länger. Ist kein Problem. Hab da ein bisschen mehr zu gucken und so. Deswegen, keine Angst. Da hänge ich noch ein bisschen... Oh, die hauen einfach ab. Da hänge ich erst recht weit dran. Wenn die einfach abhauen. Renn zurück. Oh Gott. Hallo. Die rennen einfach. Mal gucken, ob die... Oh. Warte mal, kriegen die anderen da mit, dass die rennen? Nö. Brückt, ey. Die kriegen es nicht mit, dass die rennen. Die wissen es nicht. Die haben immer noch Schiss. Nee. Die rennen einfach. Jetzt fliegt die Rau. Mal gucken, ob die jetzt aufachten. Äh, jetzt rennt der zu dem? Na, checken die es? Nö, die checken es nicht. Ach, die sind auch Prestige Null. Oh, das sind ganz neue. Oh, das war echt gut gemacht. Oh, der hat echt gut gemacht dann. Wie denn die alle da weggesniperten? Oh, der hat nicht mal Luft. Antisieft. Knochenböde. Tschüss. Okay, der macht da noch ein paar Pfeilen hin, beziehungsweise ein paar Dinger, Feuerwerks. Der rennt auch mit seinem Messerchen. Die sind gleich im Ausgang. Und die, die wissen nicht wohin. Oh, wo sind die? Also, ich würde zugucken. Oh, das ist ein Halt. Ja, boah, die warten. Ja, genau, der wartet auch so lange. Und dann trifft er nicht. Eins zu eins. Bitte noch afkar, ich hoffe mal. Oh, das ist so begeistert. Ja, die sind auch ganz neu. Sorry, die haben Prestige Null und sind Level 53 und 28. Und die gucken auch drei Stunden lang auf eine Hive. Wollen dann aimen. Und wenn sie dann aimen und schießt, dann treffen sie mich. Komm, ihr kommt vor, ich weiß nicht. Das machen wir immer noch so. Ja. Die haben auch die Gegner einfach entkommen lassen. Die hätten das gleich mitbekommen. Die Gegner rennen immer noch raus. Und die haben halt immer noch Spaß da. Die wissen noch nicht, was sie tun sollen. Die sind einfach nicht am Ausgang. Ja, aber jetzt kommen sie langsam am Ausgang. Mal gucken. Alter, du kannst doch nicht mit dem Messer die viermal wegmachen. Drei. Zwei. Der eine. Der schwere Messer ist echt nicht schlecht. Die rennen immer noch auf den Platz rum. Ich weiß nicht, was die da machen. Jetzt schießen die einen Zombies aus. Naja. Okay, die einen sind jetzt raus. So, ich jetzt aber auch. Warte. Lief. Doch, lief. Ich habe geguckt, wo der war. So, dann bin ich ja mal gespannt, wie viel Spaß wir hatten. Hatten wir denn unendlich viel Spaß? Natürlich hatten wir sehr viel Spaß. Wir hatten eine Million Kills. Ach, ich, ich. Ui, 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 ui. Zählst du noch? Ja, ich auch. Alle. Die ganzen Zuschauer. Die kommen schon ganz durcheinander. Die wissen gar nicht, wo die ganzen Finger herbekommen sollen zum Zählen. Tja. So. Deswegen. Weil es so viel spannend war. Weil es so viel spannend war. Und noch viel mehr. Weil es so viel spannend war. So viel spannend. Warte, ich zeige es gerade. Sieht man gar nicht. So viel spannend. Ging schon von da bis da hinten. Ui, ui, ui. Schreibt in meine Kommentare, ob der vielleicht, falls es doch mal irgendwann spannend sein sollte, so eine Runde und wir sterben, ob wir dann noch bis zum Ende weitergucken sollen und kommentieren. Weil das war jetzt gerade doch schon noch ein bisschen spannend. Deswegen hänge ich auch noch ein bisschen was dran. Das wird auch nochmal spannend. Bestimmt. Habe ich bestimmt noch irgendwo her. So, bis zum nächsten Mal liken und so. Dann geht es auch direkt weiter. Dann könnt ihr noch weiter angucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Nee. Wie nee. Nee? Ja gut. Erst wenn es wieder besser läuft bei mir, um den Richter. Nee? Wie nee. Doch. Okay. Tschüss. Tschüss. Auf, auf die Brubacke. Oh, nee. Doch, loh. Schon wieder. Ja, mach, komm. Okay, warte. Oh. Oh, was? Nee. Oh nein, es hat sich umgequatscht. Das war... Au. Hast du nicht getan. Schön, dass ihr eingeschlechtet habt, so ein Showdown. Ich... Oh, ich muss den... Nee, jetzt die Folge wieder ab 18... Ab 19 oder schon. Ouch, Hand down. Ja, toll. Kannst du nicht ausgehen. Ei, ei, ei. Toll. Woher Kingstone? Dann dreht er sich um. Ab dann... Ab dann wird sie noch quenchen. Wo ist denn der Hinweis? Kloppy. Kloppy, Sachen machen. Wo ist der Hinweis? Alter. Ei, wo ist er denn? Alter, wir... Ähm... Tu nicht gut. Das ist ein Pferd. Ist umgekippt. Der Hinweis ist noch laut. Der Hinweis ist noch laut. Der Hinweis ist noch laut. Gut, der Hinweis ist noch laut. Dann ist gut. Was ist denn... Was ist denn eine gute Idee? Was wollen Sie hier? Gehen Sie bitte. Was haben Sie denn geguckt, ob du auch so vernünftig gemacht hast? Warte, hast du das hier auch wirklich vernünftig gemacht? Alles gut. Was wollen Sie schon wieder hier? Ich habe sie nicht eingeladen. So. Oh. Kommst du. Morty, nech, nech. Oh, ne. So, jetzt bitte einmal nebenbleiben, Gotax. So wie die ganzen anderen Runden davor schon. So. Wartest du vor? Kleben bleiben. Wieso soll ich kleben bleiben? Na, wie in der Schule. Oh. Schon wieder. Toll, ey. Dann schmeiß ich mit Ressig wieder raus. Und sagen, jetzt geh endlich aus der Grundschule und geh weiter. Kommst du? Keine Lust. Ja, ja. Warte, war ich auch nicht ein Hinweis? Ja, muss ja nicht. Schon gut. Ja, klar. Ja, klar. Dann nehmen wir halt den Andern. Andern. Guck mal, wann unsere Ram. Na, Möken. Was machst du denn da? Hinweis holen. Holen wir doch. Hast du gerade schon. So. Okay. Also wenn du jetzt wenigstens eine Sache mitmachen würdest, ja? Hinweise habe ich jetzt schon alle selber geholt. Ja, ist doch gut, dass du gemacht hast. Darf ich jetzt dann die Kills machen? Ja, bitte. Oder wenigstens, ich hole dich und du räumst dann ab. Was denn? Alles gut? Ach nichts. Das war viel. Darauf ist man schon gehört. Weißt du von wo? Äh, ja, irgendwo Norden. Das ist jetzt doof. Ich höre sie jetzt. Guck mal, geflogen. Gleich mal neben. Ich gehe mal in den Keller. Die rennen, die rennt bei mir genau rum. Ich merke schon, hintenrum brauche ich gar nicht kommen. Innerhalb oder außerhalb noch? Bei mir! Schon gut. Mach ich ja schon. Aber es sind doch nicht beide von rechts, da sind doch andere, oder? Weiß ich doch nicht. So, ich muss nachladen. Das ist auch mal gelohnt, ein bisschen mehr mitzunehmen hier. Die waren auch beide eben, äh, Norden. Ohne Ahnung. Ich habe jetzt die wir gemacht, die hier ankommen. Ja, beschwer dich bei denen, dass die ankommen. Sind sie tot? Ja, ich habe sie ja beide weggemacht. Ach, das ist bei echt? Ja, du kamst ja nicht. Muss ich ja, was soll ich machen? Soll ich warten? Warten sie kurz, da wird es doch nicht da. Was soll ich tun? Ich wusste nicht, dass du überhaupt triffst. Ja, willst du das noch essen? Jetzt habe ich auch vernünftige Waffen bei, die genug kosten. Ach, nein, Lebell kostet nicht genug. Ich habe sogar den Dolch mitgenommen. Raben? Irgendwo Südosten? Ich war der Meinung, ich habe eben Schüsse, als du die gemacht hast, noch von Süden gehört. Na, Südosten. Ich bin jetzt mal auf dem Weg zu der Kutsche. Also, da kommen sie nicht hier vorbei. Mhm. Ich glaube, bei mir rinnt einer. Oder ne? Bist du noch da? Nein, ich komme jetzt erst. Das ist gut. Ich musste die erst mal looten. Ich dachte, da wäre noch welche am besten. Bei deiner? Ja, ja. Ich habe nur so ein Kappel, ist er da. Wo sind sie? Keine Ahnung. So, da vorne, wo Party ist. Warum nehme ich denn? Ach, da ist das Special Ammo. Ach, jetzt weiß ich, warum ich die nicht mit euch mitnehme. Okay, der Morty ist doch umgekehrt schon aktiv. Bist du da? Ja, über dir, rechts. Hinter dir. Siehst du wen? Nee. Okay, aber die werden dann Südosten gerannt sein, würde ich sagen. Warum meinst du, dass im Südosten welche gerannt sind? Weil Morty da gepullt ist und niemanden bekommt. Ja gut, aber da können ja auch die sein, die den Boss machen. Ja, das sind die ja. Ja, aber die sind ja dann beim Bossraum drin. Aber welche anderen hast du denn laufen gehört? Nee, ich habe keinen laufen gehört. Ich habe gesagt, ich habe welche, aber ich glaube, da waren Zombien neben mir, aber da sind Raben weggeflogen. Ich gehe mal davon aus, da waren auch die, die den Morty gepullt haben, die den Raben gepullt haben. Und die werden auch gerade den Schätzchen mal gerade den Boss gemacht haben. Ja, ich gehe mal davon. Also, der Kunde ist hier. oh na gut fällt nicht so auf ganz gut oh ich hab Angst gehabt oh ne was stehen die hier drinnen oben die müssen an uns vorbei die müssen auf jeden Fall an uns vorbei das ist nicht so, wo wir sind, wir haben Sicht die sind da noch drin ne? ja ich überleg nur wo der drauf geschossen hat, von wo war die Tür vorne auf? hab ich nicht gesehen in dem Moment, da war ich nicht mehr oben drin da können ja auch ne andere sein ja irgendwo wurde dann nochmal ein Zombie gepullt eben ja Süden, Südwest ach der Wasserspaß ist da unten warte mal, wo ist der Ausgang an uns vorbei, alle drei flitzt er da wieder so viel rum oder immer noch? den sehe ich ja jetzt erst wieder der Morty, keine Ahnung, den sehe ich grad noch gar nicht mehr da flitzt er ich guck nur ob da sich irgendetwas hinbewegt wow ich hab was? ich weiß es nicht 27 Meter ein Headshot hä? 75 Meter 79 79 81 79 99 80 Oben. Genau, mit der Schottie. Nee, mit der Schottie. Hey, die standen unten. Ach, die sind durch das scheiß Loch durchgesprungen oder was? Als ob der mich da unten... Ich hab schon die ganze Zeit unten geguckt. Ich hab überall hingeguckt, aber ich dachte, hä? Warte, wie viele sind denn da noch? Wo ist der denn? Ah, da macht sie noch einen Weg dahin. Macht sie noch einen Weg dahin. Ja, zwei machen sie noch einen Weg dahin. Jetzt waren das jetzt anderthalb Folgen. Bis jetzt. Wow. Na toll.